Bittu 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 Hm, noch ne Mod. Schöne Zitat wieder. Da sitzt fast jeder Treffer. Ok, ist doppelt gemoppelt. Ich find's gut. Ja. Da wackeln die Brüste. Ganz schön ne Erbsüge, oder? Ganz klar ein wenig. Überhaupt nicht. So, wer prügelt sich heute? Das darf ich heute machen. Zidia ist heute großer Gladiator. Der Bauer der Arena wird heute selbst in den Ring steigen. Der Hausmeister. Der Hausmeister. So, wer trommelt jetzt? Lahn hatte sich angeboten. Ah gut. Ich muss nur in den Tribe eingeladen werden, sonst kann ich nicht trommeln. Ah ne, dann lass mal lieber jemand anderes trommeln. Mit denen nicht im Tribe haben. So, sind alle soweit, oder was? So, sind alle soweit, oder was? Ja, kann man schreiben, dass es in einer Minute losgeht, oder so. Ja, ok. Und Mau kann man sich jetzt quasi um öffnen, und so. Jawoll. Und da den 10 Sekunden ausmachen. Äh, Zubau. Kann aber immer noch nicht trommeln, ne? Ach so. Bin immer noch nicht in den Tribe eingeladen, oder? Kann mal irgendjemand laden in den Tribe ändern? Alles klar, du bist rekrutiert. Jawoll. Einen kurzen Testtrommel. Ja. Nach dem Countdown, ne? Ja. Wie leuchtet das hier? Ich bin bereit. Und? Bist du jetzt aufgeregt? Ja. Na grad, was soll ich als erstes nichts machen? Ich hab keine Ahnung. Wenn du versagst, das wär ganz schrecklich. Ich dachte, ich darf nur nicht letzter werden. Wenn du nicht erster wirst, hast du versagt. Ja. Was ist die Arena gebaut? Wenn du letzter wirst, drücken wir dich. Das ist anders. Ja, wenn du letzter wirst, drücken wir dich. Ja, wenn du letzter wirst, drücken wir dich. Das erste wirst, überlegen wir uns nochmal. Oh, Mann. Wir sind so gemeint, kommt sich hier. Dann muss ich noch ne Arena bauen. Ja. Das ist deine Arena, du kennst dich aus. Ich kenn mich schon. Ja, wir bauen dann ne Ein-Mann-Arena und wir sind immer der Gewinner, wenn ein Antillianer. Ich baue damit. Ne. Das ist so schön, mal nicht mitzumachen. Boah, der ist hier wirklich gestorben. Türen zu. Hab ich ja. Sind zu und sind zu. Ich hab 10 Sekunden geworfen. Perfekt. Hast du gut gemacht, Noah. Boah, ich hab jemanden getrunken. Knaller raus, ja, oder? Boah, wer jetzt noch drin ist, ist selber schuld. Ja, aber das ist halt auch so verschieden. Mein Name ist tot. Sauber Xidi, das ist schon mal nicht letzter. Also dir, Jo. Du darfst im Pride bleiben. Ich seh den Xidi, ich seh den gar nicht. Der der die ganze Zeit mit rumrennt. Der Gelbe. Ah, okay. Das wäre geil, wenn es jetzt so ein kleines Schluckloch gäbe. Irgendwie. So, wo man unter Wasser kommt oder so. Dass nur er weiß. Ja, genau. Oh Gott, ich bin fast tot. Puh. Ah. Klar, du machst immer den Albers abriffst, oder? Ja. Mach doch mal den gleichen Ton. Nein, mach mir den Angst, alter. Das ist nur so. Ganz kurz so. Ich hab irgendwie über den Toffen. Knack sie dir. Knack sie dir. Los, knack sie dir. Bitte eine der in der Ecke steht. Nein. Nein. Awww. Kommt, ich hatte mein Schild da oben. Mist. Und, war aufregend? Ja. Sie ist tot, ne? Trotz aller tausend Feind. Ja, ist von dir tot. Wenn du mofoliert, mofoliert, da übert schnell den Überblick, ne? Ähm, was für eine Sörgflöße? Ja. 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 Ich bin nicht je, steht da in der Ecke rum. Einer pennt da oben auf dem Gerüst. Genau. Entschilt irgendwie und hält das Schwert in den Eingang. Schade. Ja, ist nicht schlimm. Ja, ich find's schon ganz schön schlecht. Ja, Alter. Mit einem Lappen, ey. Betäufer. Oh, der Wechsel hat einen weggeschnetzelt. Ich als Zweiter. Da, ich kann da rüber. Naja. Nee. Nee, Alter Mann. Das ist übelst krass. Man hat halt echt keinen Überblick. Ich kenn das auch immer. Ja. Das ist überträglich. Ja. Es ist halt auch ein bisschen Glück so. Es ist so ne Mischung aus Glück und ein bisschen auch Können und Erfahrung. Weil manche haben einfach jetzt schon vier, fünf Turniere mitgemacht. Wie zum Beispiel NAX. Ja. Muss man Zeitlupe spielen. Ja, Slomo. Dann hast du mehr Überblick. Ja, Slomo. Hätt ich übelts Bock, Alter. Machen wir auch nochmal. Slomo-Turnier. Jo. Da hat auf jeden Fall Movement Speed einen Vorteil. Auf jeden Fall. Mit Slomo 0.01 oder so. Turnier geht dann in 20 Folgen. Ist dann schon ne Shooter. Also ich finde, bei der nächsten Runde geben wir den 9 einfach 10 Bolas. Und Raketenwerfer. Lass doch mal langsam anfangen irgendwie. Kann man auch ein bisschen finden. Oh, NAX kämpft. Oder doch nicht. Wir können die ganze Arena auch voll mit Bösen machen und Flammenwerfer geben. Oh, 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 oh. In der Gasse. In der Gasse. Nice. Der NAX, der weiß auch noch mal. Jetzt haben wir den letzten Mal auch. Da läuft dann blauer rum. Pole Mani. Ey, da war das aber doch ne Falle das letzte Mal, oder? Wo die uns das Poolprint angeboten haben. Ich mein... Sonst würden die jetzt ja nicht mitmachen. Oh, Pole Nanny. Frennt ANARIX hinterher. Äh, ist du nicht. Oh, Mann. Mhm. Die Dio, kannst du dich da mal drum kümmern, schnell. Ne, ich versuch's mal. Oh, dann nix ist's. Der hat einen da weggeschmetzt. Wer war das gewesen? Pole Nanny? Ja, ANARIX hat einen umgebracht, ja. Ja. Pole Nanny, oder? Ne. Ne, Pole Nanny ist noch da. Dark Ride war ich. Okay. Ja, die machen gar nix. Krass. Kämpfer. Alter, dann würd ich ein paar Dinos spawnen lassen. Ja, ich bin auch fast dafür. Ja. Giga. Ja. Boah. Giga und Zitano. Action. Tch. Ich renne da los, ey. Aber den würd ich direkt auf das Metall-Ding hier spawnen lassen, damit der runter geht. Naja, den muss ich jetzt erstmal irgendwie für Hilfe finden. Das war jetzt eigentlich ja nur so. Das ist eigentlich nur... Ich kann das auch gar nicht sehen, das kann von mir hin. Okay. Soll ich eigentlich noch ein bisschen motivieren? Der eine sollte man noch in der Ecke stehen. Oh, ANARIX. Was ist denn da? Ja, das sind vier Leute, die noch leben. Ja, gut, also die wollen nicht hören. Oh, da. Und was soll man anfangen mit was vom Dino? Man kämpft ihn jetzt gerade da vorne? Mach mal T-Rex. Ja, den schaffen die doch auch nicht. Soll der erstmal was einbauen? Ein Kanu, oder... Ein Raptor vielleicht das mal? Ein Raptor. Aber das müssen wir irgendwie eine Mitte sparen. Ja. Ohl. Oh... Jawoll! Schettos unten! So, jetzt kannst du ein bisschen loslegen, Laham hier. Das nicht übertreiben, aber... Dem... Entsprechendes T-Rex ist... Oh, da willst du denn den Tisch hauen, Mann! Boah, da haut die Zinschauer. Alter! Nein! Nein! Statt, dass die mal nach hinten gehen, hauen die mit der Faust drauf, ne? Die hört sich auch gleich gut. Alter! Okay, hauen wir noch einen T-Rex um, ne? Okay. Ich geh mal zurück. Der T-Rex ist blutig. Auf der anderen Seite, auf der anderen... Ja! Ja, dachte ich mir, deswegen bin ich zurück. Ah, der geht auch auf die Zuschauer. Hey, da kommst du wieder. Ja, da muss noch einer in die Mitte. Jawoll! Ja, der geht auch auf die Zuschauer. Das bringt gar nichts. Wer ist denn zuletzt gestorben? Weiß das einer? Nee. Ja, aber die sind schon mal enger zusammen, glaube ich. Hat jeder, die von irgendeinem irgendwie... Die sind dann auf drei oder findet noch vier. Ich seh, ich seh noch drei. Die Lust teilen sich auch auf. Warum nicht Raptoren, wenn die alle unten sind? Beim Shadow ist schon wieder hier an der Ecke da. Ey, das ist so... Nee. Obwohl Raptoren sind ganz gut. Ja, mach mal Raptoren. Oh man. Da kämpfen zwei, da kämpfen zwei. Änder links gegen Shadow. Boah... Boah... Haben sie nur geschnuppert. Ja, die schnuppern ja die ganze Zeit nur. Die sind ein Team. Die cheatsen. Ich habe ganz so ein bisschen das Gefühl, die Zuschauer versuchen, die T-Rexe zum Gegnern zu leiten. Kann das sein? Die versuchen, die Akku irgendwie rüberzuziehen, ey. Ja, ein Raptor. Woho. Ja. Ja, der guckt auch auf die Zuschauer. Die werden alle nach außen. Was ist denn das? Die hauen einmal hin und dann rennen die wieder weg, Alter. Jetzt kommen viele Raptoren. Okay, Bugs, reicht's. Die gehen immer auf die Zuschauer, das ist doof. Jetzt hier ein Raptor, in der Mitte. Jawohl. Oh, abgelenkt. Der Wut aber. Oh, 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 oh. Alter, wie schnell die tot sind, die Raptoren. Dann sind da nur Einser. Oh, einer geht wieder nach oben. Der hat 20% Leben nur verdient. Ungescheid, wir lassen den gleichen Gubi ans Bahn. Irgendwo. Ah, der ist schon wieder oben auf der Plattform. Da ist er. Ist das Shadow? Ne, das ist auch nicht Shadow, das ist irgendwie ganz. Uh, da kann die Dürmer. Jawoll, jetzt die Leiter abreißen. Kann einer die Leiter abreißen? Ich weiß, ich kann es kaputt machen. Ja, mach mal, dass der nicht mehr hochkommt. Boah, Alter. Ja, ist kaputt. Ich glaube, da ist noch eine, ne? Ne, sind beide weg. Ja, die Dinos sind viel zu schwach. Bessere Dinos? Ja, jedes. Ja, so langsam, ja. Ja, da kommen jetzt gemahler. Machen wir höchstens viele, keine Ahnung. Mach hier in der Ecke, überall da, wo Spieler sind. So, der Zug ist abgefahren mit dem Camping hier. Ja, das geht jetzt schon um 20 Minuten. Mit vier Spielern. Die gucken irgendwie alle auf so einen Unsichtbaren. Ne, ich bin über denen. Ja, das ist aber scheiße, die hat beeinflusst das damit. Das ist doof. Ich will ja nicht, dass die mir wollen. Ja, dann geh in Zwecktailer oder geh weg. Oder geh in die Tribüne oder so. Alter, wie die Tiere nicht auf die Spieler achten. Na, das ist der Knaller. Ja, die sind aber ziemlich verwundet, die Rechse. Ich will jetzt gleich einen Giga machen. Der frisst wenigstens alles. Ja. Einer ist tot. Einer ist tot. So, also Shadow und vorhin haben die zwei Spieler. Ja, für Shadow kommen gerade die Rechse an. Und gehen wieder weg. Ja, aber ich meine, die kämpfen wir sowieso nicht gegeneinander. Dann können wir auch einen Giga sparen. Ne, mach. Spawn einfach. Es war jetzt einfach ein Giga. Ja, warte, ich muss ja erst noch suchen. Ich sag ja in vier Ecken am besten. Das Problem ist, dass die Rechse aber doch wie auf die Zuschauer gehen wahrscheinlich. Dann schreibt mal noch Zuschauer zurück. Uh, da hat jemand gekämpft. Ich glaub einer ist gestorben. Er ist. Der Pullnini ist tot. So wie sausi. Hab den Kampfleiter nicht gesehen. Ich glaub zwei leben jetzt noch, oder? Ja, zwei müssen auch leben. Ich seh den. Zwei? Ich seh zwei, ja. Bei den Raptoren. Uh, Shadow wird von, von Raptoren angekunden. Ohja, sehr so. Ohja, sehr so. Ohja, sehr so. Ohja. Ja, ja. Er geht auf. Und der haut geht ab. Ja, da müssen wir uns ja austauschen. Ja, da hat man sich gecheckt, dass die auch hundert da vorne dabei sind wahrscheinlich schon. Der haut jetzt an, der auf den Tod drauf. Weil die Einzelnen schnell gestorben haben, da sind doch die Höhre dabei. So, äh, also wenn sie jetzt nicht zum Kampf kommen, dann... Ja, da, jetzt vielleicht. Der Shadow probiert ja wenigstens, er nimmt ja die ganze Zeit weg. Ja, der ist die ganze Zeit weg. So, wo 0-0-1? Ich bin nur neben dem Bohler. Ich habe die Füße klatschen und weitergemacht. Ich bin nur noch 3 Minuten mehr. Zuschauer, die werden sich ausschalten. Es waren die Giga. Die kämpfen, die grenzen. 200 Schaden. 139. Ey, hoffentlich gewinnt der jetzt nicht. Wieder 139. Der Shadow wurde ja schon mehrmals geworfen, oder? Oh, da ist ja nicht hoch. Nein, er hat geworfen. Mit seiner Angsthase. Da wird er zugehören. Oh, da verpflichtet er kein Feuerwerk. Lappmann die Macht. Gewein, Alter. So weißt du, so ein paar Pupse oder so, weißt du? So ein paar Köttel runterfallen lassen. Ein Ritz. Aber wofür schmeißt einfach. So mit Scheiße beschweißen. So mit Scheiße beschweißen. Punkt, 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 Punkt. Also beliebt macht man sich nicht mit so einer Stierweise auf jeden Fall. nö. Beundlich ey. Soh, diese Flamen im Chat. oh mein ey. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das denn? Das ist der Tenor. Ha, da. Gute Boxsteine. Und auch da hat er mich wieder wollen. Nee, so. Das Fenster macht der Knochen keinen Schaden. Zwei mal ein Giga auf der Tribüne, Quacks, bitte schaue. Der merken sie sich ja. Giga auf der Tribüne. Nein, wir brauchen vorbei. Wir brauchen vorbei. Noch mehr. Los. Auf die Tribüne. Oh, sie ist der. Ja. Macht schaue. Ich verkeh nicht an dem Stuttgart. Jaaaa! Lol. Lol. Oh ja, jetzt geht er tauchen. Giga Regen. Giga Regen. Nicht wunderbar. Boah. Oh, da ist ein Gegner. Da ist ein Liga. Uuuuh. Überall ist ein Liga. Das ist groß zu fressen. Hey Ryan! Ist doch egal, wird doch nie gespeichert. Ich war immer auf der gleichen Stelle. Ja, ich auch. Ich sehe auch jedes Mal den gleichen Raptor vor mir. Ich muss wegrennen. Ich habe auch jedes Mal Hunger. Jedes Mal. Jedes Mal. So. Okay, also vielen, vielen, vielen. Gratulationen an No-Name von Thressen-König. Wir haben hier einen Chat direkt bekommen mit dem Chat so. Mit der Taktikbeweise. Ja, es ist legitim. Aber wir müssen uns aber gleich genau das überlegen, was die Arena angeht und so. Wir hatten schon die Idee. Und sie dir will das vielleicht auch machen. So ein Jump'n'Run-Level zu bauen und so. Und das wird das dann vielleicht wahrnehmen. So gut. Jetzt wird es eine Blende geben. Und wir sehen uns wieder auf dem Fragezeichen-Zurfer bei Scorched. Bis gleich. Tschüssi. Oh, da ist ein Wurm. Da ist ein Wurm. Genau, vor dir, Beam. Vor mir. Ja, geh auf dein P wieder. Alles klar, ich komm, ich komm. Wo ist er denn? Da vorne ist er. Da komm ich dann auch gerne mit. Was seid ihr denn? Jo, da ist er. Alles klar, ich seh ihn. Ähm. Da wo wir das letzte Mal auch waren. Weißt du das noch? Warst du da mehr? Na ja, das ist er halt irgendwie bei dem relativ nahen Ausgang. Äh. Bei 1260. Ne, er ist weg. Er ist hinter dem Ding und er ist weg. Was, er ist verschwunden? Ja. Ja, wenn da ein Wurm kommt, müsste einer landen, damit der nicht Jakob verliert. Ja, aber ich war eigentlich gelandert. Verpust. Bleib mal kurz chillen, Ryan. Ich muss mal eben dich beladen. Jo. Hm. Warte, Ryan. Oh, Mist. Tade. Ich bin zweiter. Das ist ja schon. Das ist das zweite Mal. Die verschwinden halt dann ansonsten anscheinend immer. Ich hab ja einen. Warte, Ryan, ich muss dich noch beladen. Go. Schnell triggern! Vorsicht, Knien, da kann ich glaub schon nicht. Ja, Hose kaputt oder so. Ist in Richtung. Ist in Richtung zuhause, oder? Äh, 15... 53. 15... 15... 53, der ist ja hier in der Leer. Alles klar. Ja. 15... 15... 53. 因為 15... ,50... Er war noch nicht fertig. Ach... du er kommst du mir das ist der andere hier ich habe ihm Schelle gegeben dann können wir vielleicht gleich beide killen wo seid ihr denn? ich bin mit Feuerpfeil drauf ja sehr gut der macht ihr nicht Spielkladen oder? mir nicht nö wird voll klar antwort wo seid ihr ungefähr? wie überhaupt Feuerpfeile? bei 15 56 ungefähr wie sieht es aus mit dem Wurm? so ich fliege mal kurz hoch vielleicht seht ihr mich? und die wäre bei einer geschluckt ich seh da einen da fliegt einer seht ihr mich? auf der rechten Seite ich bringe jetzt den zweiten mit ne? ich muss kurz Terminare reparieren wer war am besten Steine wenn du Steine wirfst dann brauchst du kein Terminare Mist kann sein dass der zweite jetzt alles drauf ist muss ihn triggern bis er hin auch hier soll ich Feile schießen? ja jo schieß Pfeile hat jemand Feuerpfeile über? zufällig? ja also ich land bei dir soll auf meine Motte aufpassen die ist gleich toll das ist auf den anderen Wurm auf nicht dass der die Motten killt ich hab dir die Hälfte gegeben ja ein Wurm ist irgendwie weg oh Mist auf die Motten Leute der ist gleich tot ja ruhig bin drauf ah die Nahkampfvertage macht glaub ich mehr Schaden und der Golem hält das alles gut aus oder was? nice und der hat ihn gekillt nice ja Hälfte weh hat der Golem noch also es war schon was ist los mit dir? fünf strengt geh mal gucken ob ich den anderen vielleicht noch wieder find jo einer den naja hab ich was war drinnen wieviel? ein Stachel ah da ist er da ist er rechts Leute komme komme oh darf ich mal auf den Golem jo kannst du gerne wollen wir tauschen wo bist du denn? hier du musst aber sehr auf meine Motte aufpassen die hat nicht mehr sehr viel Leben alles klar ich bleib ein bisschen in der Luft ja gute Idee wo ist er denn? oh der hat aber schon übelst Leben verloren Leute da hinten ist aber ein der hat noch 7000 Leben da hinten in Richtung Alperland ich seh ihn nicht ah ist ja noch ein Wurm tanken mit dem wird eklig so der hat nur noch 7000 Leben ne? der hilft da ist er noch ja wir müssen mehr drauf schießen mit dem Feuerfallen ja das hat nicht der ist despaunt also ich hab die ganze Zeit keinen gesehen ich auch nicht ne ich auch nicht oh der ist neben mir oh ja da ist er jo da ist er alles klar wie gesagt der Golem da muss man jetzt alle drauf feuern sonst stirbt der Golem ja also das ist halt jetzt scheiße wenn er noch 2000 Leben hat dann 3 Raketen dann ist er tot du musst da mit nachrecken sei vom besten einfach nur mit Stein ich versuch den immer zu schütteln ich versuch den immer zu schütteln so ihr müsst jetzt alle mit Rauch feuern dann müssen wir ja doch noch diese Insektenzeug herstellen das ist schwer ja nicht so wittig ja doch wir brauchen Gemüse ich glaub Gemüse haben wir nicht ne hier die 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 nicht auf die mutter schießen wollte so der sitzt an mir dran wie sieht es aus mit dem leben hat er die hälfte ja gerade so ok der wurm brennt jetzt auch schon gut und hat blut raus es ist immer weg zu kommen ich versuche nur zu trinken als hat er noch ein drittel nur noch leute versuch ihn abzulenken so brennt er ganz gut jetzt blutet da schon mehr noch einer feuerzeile muss gleich neue machen ich hab ne welche das tut ist drauf weiter ich war ja und feuer mit feuer fallen und geht es nur gleich den kriegen wir hofer abfallern ich bin das tut ich kann nicht mehr in den kann die leute das ist wohl ja dann muss ich jetzt ich bin bei dir fest Das hat er, Asha. Ja, der trifft nicht. So, der ist gleich tot. Einfach weiter drauf. Ja, der ist gleich down. Einfach weiter drauf. Oh nein. Was ist er? Kommt, alles klar. Ich muss doch guten Schaden an dem Golem, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich ist down. Ja, gut. So, aber der Golem muss jetzt nach Hause. Ja, nur noch 5.000 Leben, Leute. Von wieviel? Nee, ich muss nichts drin. Toll. Vielleicht hat der Golem es aufgehoben. Ja. Wieviel Leben hast du insgesamt, Pink? 15.000. Wow. Äh, wie heißt denn das Item von dem Burm? Deathhorn. Ja, hier ist es. Alles klar. Okay. Sehr gut, dann müssen wir aber natürlich auch das Insektenzeug irgendwie herstellen können. Ist halt die Frage, ob das vielleicht auch ohne geht. Aber ich glaub fast eher nicht. Ich denk nicht. Na, ich glaub Karotten gehören da rein oder so. Oh, der wird sich böse XP bekommen. Mh, mh. Jetzt ist er gelaunt. Ich würd jetzt mal anfangen meine Sachen in der Base zu lassen. Und... Pillars mitzunehmen. Dü, du, 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 du. Are the fact of the Gladiator. Dü, du. Dü, du, du, du. Kannst du da noch irgendwie so einen Sound drunter legen, wenn man das Ding spawnt? Tssssss. Hehehe. So eigentlich muss Gott-Modus machen. Edmund cheat! Gott. Das war nur der Befehl, oder, Max? Fast richtig. Okay. So, dann. Hä? ja der Juni Prozent und ich warte auf dem Dach im Moment und nun soll es wir sind ja auch Prozent Auer Also Ryan's here raiding, gefällt mir das mit dem Moment ganz gut, muss ich sagen. Ne? So, okay, wir sind soweit. So Leute, jetzt also, ne, wir gehen das Dacheneier besorgen. Und, äh, also mindestens, mindestens eine Eierpackung voll. So ein Korb. Und im Anschluss machen wir dann PvP. Müssen wir mal gucken, wie, ob wir dann raiden oder, weil wir sind im Gegensatz zu den anderen Tribes nicht ganz so cool aufgestellt. Oder hat man auch so ein bisschen Kopfgeld mäßig versuchen Spieler zu jagen, muss man schauen. Na gucken. Wo ist ein Opfer? Ryan, was ist denn du Opfer hingestanden? Wo ist ein Opfer? Hier ist das nicht, ist Opfer 2. Dann doch Opfer. Opfer 1 ist Opfer 1. Das ist Opfer 1. War da beim Kanu, genau. Ah, hier. Okay. Okay. Ah, ich kann ausgehen. Ryan theoretisch wird uns jeden Moment ein Ei angedreht. Boah. Wie, ihr wollt' sich der noch ausmachen, oder? Egal. Ja, ist egal. Hat jemand noch? Ist schon Platz? War da jetzt mal ohne Name drinnen aus? Moe und Ryan? Angedreht. Achso. André. Okay, jetzt hab ich's auch, ja. Ich hab dir ein bisschen was reingepackt. Ja, ja, mit mir kann man's ja machen, ich hab ja genug Projekt gespielt. Okay. Okay, ich ging schon mal los. Kommt ihr mit? Ja, ich komm mit. Und dann geht's in der Minute. Haexy.